... vom Eitenössischen Schwingenverband. Jetzt nehmen wir sie mit auf eine musikalische Reis durch die ganze Schweiz. Lieder, die man in den Regionen bestens kennt. Ich kann es mal ausgerechnet, es sind etwa 2'000 Kilometer, wo sie jetzt musikalisch quer durch die Schweiz machen. Angefangen im Kanton Friburg mit Lioba. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Die Vaterischen Kappenzellen Er frisst den Gas mit Zoppentallen Die Vaterischen Kappenzellen Musik 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 Dankeschön vielmals! Wir hatten sie im Glamerland und überall in der Schweiz jetzt wieder in Baselbiet mit den Schweizer Mädchen Die Kinder, die da mitgemacht haben kommen von der Musicalschule Boy Steps aus Cham Sie durften schon mitmachen beim letzten Eidgenössischen beim Festakt Sie haben das so gut gemacht, dass sie wieder einen Auftritt haben Und jetzt kommen wir Musik